Laufender Kampf Nr. 35, meine Damen und Herren, entspricht der Kampflichteransetzung Nr. 26. Kampflichteransetzung Nr. 26, laufender Kampf Nr. 35. Finale im Jugendhaltsliegengewicht, das ist 49 kg. Dementsprechend die Kampfdistanz drei Runden ab drei Minuten. Es steht sich gegenüber, in der roten Ecke, Hasan Hassai vom WC Eichstätt. Und in der blauen Ecke, Sarah Haidai vom TV Käpt'n. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 der Kampf wird geleitet von H. 2. Eichst, das ist ein Tor, das ist ein Tor. Der Kampf wird geleitet von H. 2. Korte 1. Korte 1. Korte 1. Korte 1. Beide er über das Reisbar! Socken! Weiter! Weiter! Sehr gut! Vielen Dank. Vielen Dank. Ring frei, Runde 2. Genau. Dann die Kleine hier. Stopp! Jetzt wieder. Runde 1. Da oben noch. Einblieben und wieder rein. Ja. Drei. Hast du mal? Fünf. Ja. Jetzt arbeiten. Ja. Genau. Bis zum Koppel. Und jetzt gleich wieder. Zieh dich wieder, Assam. Ja. Und jetzt weg. Jetzt nach. Das sind Leute. Brauche Pause. Alles gut. Schlafen. 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 Hassan. Geh ran. Stopp! Aber, lass ihn keine Zeit ankommen. Hast du gehört? Ja. Weiter. Direkt dich. Super. Okay. Komm. Komm. Weiter. Ja. Ja. Geh jetzt besser. Du hast gut. Ich geh direkt auf hier. Ich geh direkt auf hier. Komm. Halt die Hunde durch. Ja. Geh ziehen. Geh vor. Ich geh zurück. Ja. Du kommst. Ja. Sama, du. Wir kommen. Die Hunde. Geh jetzt noch. Halt. 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 Weiter. Komm. Halt. 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 Der Kämpfer in der Blauen Ecke, meine Damen und Herren. Savalai Dami vom GV Kämpfen. Er ist 17 Jahre alt und er bestreitet heute seinen dritten Kampf. Dring frei, Runde drei. Ja, du kommst. Ja, du kommst. Alles klar, du kommst. Ja, du kommst, kommst du! Weiter! Ja, zieh hoch, kommst du! Weiter! Ja, du kommst. Saval, kommst du! Machst du! Ja, so ist's gut, das ist genau so. Wir haben eine eine Schausdauer überwommen, die sich in die Puffese befinden. Wir haben einen Schausdauer, dieser Schausdauer wurde. Ich bin der Schausdauer, der Schausdauer der Chancen zu erreichen. Was ist das? Der Schausdauer, die Schausdauer, der sich in die Schausdelauer und den Kaffee umbauen, wie also er war? Jungs, der Schausdauer, der sich in die Schausdauer in den Kaffee zu erreichen. Ja! Hassan! Ja! Kump! Alles! So, Kau, Fassan! Drehen, drehen! Stopp! Wirst du mal Böcker sagen, um gleich den Schlagern raus! Jetzt komm! Und jetzt raus! Ja, und wieder! Weiter! Jetzt komm das an! Komm! Komm! Und wieder! Stopp! Komm! Komm! 1, 2! 2 weg! Super! Kontrollieren! ... ... follow-up! ẹ Sehr geehrtes Publikum, liebe Box-Sportfreunde, die Entscheidung des Kampfgewichtes. Sieger nach Punkten und damit Bayerischer Meister 2016 im Jugendhalbfliegengewicht bis 49 Kilogramm. Die rote Ecke, Hassan Hassayev und die Zerichstädte. Rügelrichter Karl Harzl wird die Auszeichnung der beiden Anliegen vornehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.